Minecraft Jan, wenn der das nicht hinkriegt, ne? Wenn der das nicht hinkriegt, Alter! Hebeln! Hebeln! Team ist was genau, bis zu der Petel mit der neuen Folge Minecraft Guess It und heute mit dabei sind Early Boys Dalu Karts Und Dr. Bang Grüß euch! So Leute, seid ihr bereit? Es gab ein schönes Update bei Guess It sehe ich gerade Ja, mit dem Timer Ja, viele mehr Sachen, guck einfach hin, siehste dann Minecraft Jan legst du schon mal los Ja genau, es gibt jetzt zwei neue Begriffe Dalu, die er auch nicht weiß Ja, die weiß ich nicht Go Jan! Ist das auch neu das Feature? Musst du erst fertig bauen, bevor was erstarkt? Chaos Nippel Wir haben ja vergessen den Herrn Bangsleiner zu stellen Das ist ein Skandal, Hardy Boy Das ist ein Skandal Ich wollte auch Kevin Kevin Wusstet ihr Wusstet ihr Mit zu tun hat, dass es fast ein gutes Wort gewesen wäre Nee, Koks 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 Gelber Schnee im Himmel Auto Habe ich schon Brumm 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 Ich habe früher zu Otto mal Aga gesagt Als ich Kind war, Aga Aga, was das Aga? Das ist die Locke von einem Richter Ja, habe ich auch gerade gedacht Was soll das sein? Was soll das sein? Ein Falschirm So ein richtiger Peterle Ja, mach mal Kann nicht bauen, schreibt er GG Na gut, Peterle hat es aber jetzt einfach gehabt So schlecht kann es ja nicht werden im Vergleich Das stimmt allerdings So Deswegen Kommen wir jetzt an Young, du hast leider kein Foto Du hast wieder der Mars Oh Ihr kennt schon die Begriffe, die es gibt, ne? Ist voll unfair Early sieht sogar, was wir bauen müssen Äh, was? Hey, dann was wird denn da? Er leugnet das immer mal Ja, ich fange gerade an Du lockerst das so Early warst eh so ein gewiefter Hacker, sag ich dir Ach Gott, das könnte wieder alles sein, ey Das könnte auch alles sein Wieso hat der Kohle genommen? Das hat was zu gewollt Was ist er denn? Hm So Hm Ich habe keine Ahnung, was du sagen könntest Achte Was wird das denn? Flugzeug Mach dir doch mal bitte Ja, ich warte Hm So, wie lange habe ich noch? Nicht mehr, 10 Sekunden Drei Zwei Ach komm Hä? Ach komm Na, es hat einer Raten perfekt, Alter Was denn? Verdammt Leute, das kriegt ihr hin, Alter Dreck Ja Ah, ich weiß es Jawohl Nee Nice, oder? Ja, dann kann man drauf kommen Easy Easy 2 Points geholt Das war so Ein Berg Ein Berg aus Kohle, bist du behindert? Ey, ist doch scheißegal, es geht darum, wie das Ding aussieht, Alter Easy 2 Points Junge, ich habe zwei Punkte, du hast null, Öhli Lass mich doch voll los, Öhli Geht 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 mich doch voll los, Öhli Da ist ein Heckler, Alter Da ist ein Heckler Was? Hm Boah, jetzt bin ich heiß, Leute, ich will gewinnen Ach, Golfplatz, Golfplatz Blumensieße Garten Oh Gott Sommer Hä? Ach, ihr, ihr, es ist an sich nicht schwer, das Problem ist auf diesen Begriff einfach nur dann zu kommen, also mehr als das ist es halt nicht Pflanze Äh, warte, lass mich überlegen, ähm Hm, 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 hm Also viel mehr kann ich halt einfach nicht bauen, das ist... Das ist dann alles. Hääääääääääääää! Das ist irgendwas mit ähm... Sind sogar dafür echt schön. Was sagt man denn noch zu Garten? Was gibt's da noch für Begriffe? Den ganzen Oberbegriff von Garten, ganz höher. Ach weg mich am Anfang. Ich will raus hier. Mach die scheisse Scheibe auf, ich will raus. Nein, ich wär drauf gekommen ne Sekunde danach. Ähm, anders hätt ich's nicht bauen können. Das war ja alles. Das ist ja so bitter. So. Wolle. Ich schreib schon 10.000. Peter schreib Wolle. Einen. Entweder ein Eimer oder ein Brunnen. Ja Brunnen schreib ich jedes Mal, egal welche Runde wir haben. Brunnen. Au, das ist ein Schlagring. Alter, was ist denn das? Was ist das denn für ein Server, der Schlagringe baut oder so? Hm, was kann das denn sein? Nein, was machen wir denn? Alles Scheiße, weg damit. Das war nix. Säule. Hä? Steine. Nee, das baut der wieder ab. Das ist nix. Nee, nee. Der Dave, der weiß schon was er tut. Kack den Öff. Oh. 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 Was war das denn? Was war das? Was macht der da? Ah. Nein. Nee, nee, war nix. Waren die nochmal neue Leute. Was macht der denn? Lass doch mal den Dave in Ruhe. Oh, der gibt sein bestes Jahr. Jetzt bauen wir was. Wann wird das denn, Freund? Ach, Dingens. Ich weiß es. Äh, 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 äh. Äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh. Was? Es ist keine Toilette? Ey, es sieht original aus wie eine Toilette. Was soll da drauf? Er stand sogar auf dem Ding. Flo. Ey, was soll das sonst sein? Das sah original wie eine Toilette aus. Kacken. Öffentlich die Toilette. Kacka. Oh. Kacka. Scheißer. Keiner kriegt's raus. Stilles Öhrtchen. Und? Es ist? Ein Mülleimer. Ein Mülleimer. Wieso stellt er sich denn da drin den Mülleimer? Den hätte er einmal hier in Cornwood nehmen können. Der hätte das Ding die ganze Zeit auf und zu machen können. Wie soll die Stadt denn bei... Ach, schon gut, schon gut, schon gut. Okay, hau raus, hau raus, hau raus. Aber jetzt hier, benimm dich mal, Jan hier. Jan, Jan, wo geht's? Zuerst baust du hier nix. Oh, pass auf, ich mach das ganz... Ich halte die Schlauze jetzt. Ich baue jetzt immer mich konzentrieren. So. Es tut mir leid, dass ich rede, ja. Ciao. Ich mach das jetzt toll. So, pass auf. Ach, das wäre auch wieder nichts. Ah, Natur. Halt die Schlauze mit deiner Natur. Hm. Wiese. Weiß. Am Ende ist es wieder gar nix. Und das Woll ist Tür. Das hatte er schon mal. Ja. Na ja. Ach, Schande. Das ist eigentlich zu zu, Achan. Ach. So, und ich gebe euch noch einen Tipp. Produktplacement. Produktplacement. Ich gebe euch noch einen Tipp. Boah, woher weiß der das alles? Was ist mit dem, Alter? Wer's jetzt nicht erreden, weiß ich auch nicht. Kann auch nicht sein. Hä? Hä? Monik? Deine Biene, aber das habe ich doch schon geschrieben. Verdammt nochmal. Da haben wir noch. Biene, Dummel, Wespe. Was gibt's noch? Ja, guck doch mal hier drauf. Ja, Nest. Aber habe ich doch geschrieben. Bienenstock. Oh, Stock, Mann. Oh, ich habe Bienennest geschrieben. Warum ist das denn nicht richtig, Alter? Oh, oh, oh. Das ist ein Bienenstock. Heute Ruhe. Jetzt kommt der Baumeister. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ich sage euch, ihr werdet das sofort erraten. Okay, okay, okay. Ab durch die Hecke. Ja! Ben! Ah, nein! Ich hab den Gugel! Der Boss, Leute. So wird's gemacht. Nice, Alter. Guck mal, wo der Pedaler ist. So weit oben war ich noch nie. Heck kriegt jetzt auch viele Punkte, weil ich das so schnell erraten darf. Peter, freut dich nicht zu früh. Ich glaube, zwei Stück nur. Freut dich nicht zu früh. Wieso denn nur zwei Stück? Das ist ein Skandal. Ja, zwei hast du bekommen. Oh. Du bist vor Jan. Jeder ist vor Jan. Jeder ist vor Jan. Aber er möchte noch OP haben. Also ich will jetzt nicht pushen, aber ich glaube, das war Server Weltrekord hier gerade. Das war wieder so einer, der überlegt, wolle wir das wieder. Wie heißt der? Hero Breath. Oh. Tempel. Mh. 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 Iron Golem. Penis. Ah. Peter. Wer ist Peter? Wer ist Peter? Hahaha. Als ob, Alter. Okay, wir sind gleich auf Early Board. Hey, was ist das jetzt? Ah, ich weiß es, ich weiß es. Ist doch einfach. Jawoll. Ein Punkt nochmal gekriegt. Minecraft Jan, wenn er das nicht hinkriegt, ne? Wenn er das nicht hinkriegt, Alter. Hebeln. 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 Ah, ich kann nicht mehr. Ganz schön gemein da hinten, ne? Nein. Der Jan hat nur einen Punkt, weil man sein Wort erraten hat, ne? Oh, was ist das denn jetzt hier? Hm. Raumschiff. Ach, da ist denn das Bienenlist. So, nein, scheiße! Mann! Oh, ich kann es nicht sehen. Schnell rüber. Urin. Was ist da? Ach! Hä? Ja! Na, kommt, Leute. Nein! Von wo? Nein! Nein, ich hab euch. Von wo? Was soll das sein? Das ist so einfach. Und du musst mal gucken. Wo steht Peter? Was ist das denn? Schau doch mal, da oben soll ne Wolke sein. Ach. Ja. Gar nicht, dass du es gesagt hast. Ja. Ups, verschrieben. Das kann nicht sein. Guck mal, was Backstruck. Twitter. Hä, was war denn das? Ein Blitz, Blitz. Oh, wieso macht denn der die... Oh, Mann, oh ne Wolke muss man... Oh, Mann, darf ich OP? Nein! Oh, Mann, oh, Mann. Early Boy. Er möchte... Schreib, wenn du zwei Punkte hast. Was ist das denn jetzt? Mauer? Early, Alter, du Arsch! Wer hat der? Dann musst du einfach nur einen Rang einfügen, der OP heißt. Was soll das sein da jetzt? Ha? Hm. Kühlschrank. Hä? Ah! Eine hast du schon erwartet. Boah, der red das alles. Kennt der die ganzen Begriffe schon auswendig? Heatsblock? Kassenzettel. Ja. Kaschenrechner. Ne. Na. Ne Liste. Oh, Mann. Ich hab nicht fast raten, aber ich hab nicht... Als ob der das sofort erraten hat. Richtiger Boy, Alter. EG. Passt das? Leider kein OP für Jan. Das war's, ja. Leider kein OP für Minecraft Jan, würde ich sagen. Minus... Acht Petalle. Der gibt es aber auch nicht auf. Ey, das Ding ist einfach so, er hat sich vertan. Er hat zu viel gehebelt, Alter. Hebeln. Ja, Leute. Das war Minecraft Gazzes. Falls es euch gefallen hat, dann lasst es dir auf jeden Fall mal leichter. Und schaut bei den Boys dabei, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ich mag Züge. Und tschüss, Minecraft Jan.